Warum fasten wir Ramadan? Ja, Allah hat es uns befohlen, richtig. Allah hat uns befohlen, Ramadan zu fasten. Aber wir wollen auch Ramadan fasten. Die Mu'minin freuen sich zu fasten. Denn sie lieben Allah. Und sie wollen Allah zufriedenstellen. Sie wollen, dass Allah mit ihnen zufrieden ist. Wallahi, das ist unser Wunsch. Dass Allah mit uns zufrieden ist. Dass zu uns gesagt wird, geh ein ins Paradies, mein Diener. Wie du mir gedient hast, so bin ich schon cool. So bin ich dankbar. Tritt ein. Das hast du dir verdient. Mit Allahs Barmherzigkeit. Dafür tun wir das. Wir hungern gerne für Allah. Wir dursten gerne für Allah. Denn wir kennen den Preis. Wir kennen das, was den Mu'minin versprochen wird. Und das ist nichts weiter. Und nichts geringeres als das Paradies. Wir säichern. Ja, da. came an. Wir, bei seiner Rolle. ba coa Ez algunosdubinden, für die Strecke was. Wircio nur sein. Wir dürfen blade. Wir betten. Wir gehen. Wir werden developern. Wir sind diejenigen, unclein. Wir gehen, alle Menschen, Raymondin und sag. Wir sind zu Recht. Einige, andere Sekker haben.